servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute noch mit einer kleinen unerwarteten news zum abend denn blizzard hat bekannt gegeben wann season 4 von dragonflight starten wird in dem fall ist es so am 23 april wobei das das datum für unsere us-kollegen ist geht es mit season 4 los heißt bei uns am 24 april dann dürft ihr euch in die vierte season stürzen wir gucken uns gleich noch mal genauer an was drin geht hier geht es hauptsächlich um die news wir bekommen die erwachten dragonflight raids also fated wer das noch aus shadowlands kennt eine neue mythisch plus rotation mit neuen belohnungen neue pvp season und mehr was jetzt hier noch nicht mit drin steckt das werde ich wenn noch mal in einem anderen video erläutern weder auf der blizzard seite noch unter diesem beitrag noch auf wow hat und so weiter war was zu finden von wegen wann die alte season enden wird es wird gemunkelt dass dann halt eine woche vorher schluss ist sprich dann bei uns in der nacht von dienstag auf den mittwoch das wäre dann vom 16 auf den 17 april wenn mich nicht alles täuscht da müsste dann damit schluss sein aber warten wir da noch mal ab bis es eine endgültige bestätigung seitens blizzard gibt da will ich jetzt auch noch nicht zu viel versprechen wow hat hat nämlich wie hier seht auch nur diese news wann das ganze erscheinen wird aber wir können noch mal kurz rein gucken was uns da alles erwartet zum einen mit das wichtigste das hatten wir schon ist dieser dungeon level squish heißt was vorhin mythisch plus 10er war ist jetzt mythisch 0 allerdings ohne timer 10 ist das maximum was ihr laufen müsst für die beste belohnung aus der world und so weiter und so fort affixe starten dann bei den stufen wenn mich nicht alles täuscht zwei seht ihr hier fünf und ganz am ende da sind dann alle affixe aktiv welche dungeons haben wir das ist relativ einfach rubin lebensbecken brecken heid hollow angriff der knockhut uldaman legacy of tyr neltarus wir haben das azurblaue gewölbe heilende infusion und wir haben die akademie von algetar hier seht ihr wann welche affixe aktiv werden auf level zwei haben wir immer tyrannisch und verstärkt danach kommen dann entangling afflicted den corporal volcanic storming und die zehn affixe sind boshaft wütend platzend anstachelnd und blutig es wird wieder belohnung geben je nach mythisch plus rating also ihr bekommt einmal den keystone explorer einfach nur wenn ihr ein dungeon abschließt ihr bekommt den titel der drakonische bei 1500 rating bei 2000 rating gibt es den keystone master und den infinite amor don das ist dieses mount ist halt ein recolor von allen anderen saisonalen mounts die wir bisher hatten dazu gibt es natürlich wieder wenn ihr die keys auf plus 10 abschließt innerhalb der zeit bekommt ihr die portale wer die schon hat aus den vorherigen seasons gut für euch dann haben wir die awakened raids jede woche ist ein raid quasi erwacht das bedeutet ihr könnt dann da rein gehen und dieser raid bietet angepasste belohnung auf das niveau von season 4 zum beispiel wäre dann in der ersten woche wahrscheinlich das gewölbe der inkarnation dran da droppt dann loot auf season 4 level die anderen beiden raids bleiben auf ihrem alten loot niveau danach wer aber rust dran mit erhöhtem loot danach armiert rassil und so weiter und so fort ihr kennt das spiel es ist noch nicht bekannt ob es irgendwelche affixe geben wird und wenn ja welche wir sehen hier maximal auf mythisch geht das item level aus dem raid bis 528 hoch es wird catch up items geben für die beiden legendaries die könnt ihr auf 502 pushen danach um sie auf bis 536 zu kriegen müsst ihr flugsteine verwenden es gibt wieder sowas wie die verwirrenden dinare des kartells diesmal sind es allerdings bronze barren da hatten wir auch schon video die kann man scheinbar über diese weekly quests in waldracken erspielen maximal zwölf wird man bekommen für zu je zwei könnt ihr euch trinkets und waffen aus den aktuellen raids kaufen oder sogar transmog das mount aus der letzten fated season und so weiter und so fort aber das gucken wir uns auch noch mal alles an wenn es soweit ist bzw hier auf wowhead könnt ihr euch die sachen auch noch mal anschauen wenn ihr alle awakened raids mindestens auf normal legt bekommt ihr dieses mount hier spendiert ähm erinnert mich eher an shadowlands aber sei mal dahingestellt erwachter held den titel bekommt ihr wenn ihr alles auf hero klatscht und wenn ihr alles auf mythisch umlegt bekommt ihr portale zu den raids dazu gibt es wieder dann jede menge erfolge und zu guter letzt haben wir natürlich noch die pvp season die dann wieder startet sprich könnt wieder gladiator spielen es gibt neue mounts es gibt neue titel es gibt wieder ein skin für den hochland drachen etc pp aber das sind die dinger die wir jetzt bis hier hin wissen damit danke an euch fürs zusehen erste kleine schnelle news zu dem thema ist damit durch bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen